So, hier rein. Der ist echt winzig. Oh, der klingt aber gar nicht gesund. Fahren wir weiter. Beeilen Sie sich, Kate. Bis später. Ja, auf Wiedersehen. Irgendwie habe ich so das Gefühl, dass Hans Vorarlberg sterben wird. Ich meine, er ist ja immerhin schon genauso alt wie Anna Vorarlberg. Und Anna Vorarlberg ist ja schon als erstes gestorben. Ich glaube an Altersschwäche, wenn mich das nicht alles täuscht. Ne, ich kann hier doch nichts machen. Ich habe einen kleinen Schlüssel gefunden. Wo kann ich den gebrauchen? Ich muss den Schlüssel erstmal untersuchen. Dass ich nicht glaube. Boah, hier kann ich doch was machen. Ich bräuchte Kleingeld. Ich bräuchte Kleingeld. Ich bräuchte Kleingeld. Nichts zu machen. Aha. Münzen. Das Ding klemmt. Ups. Gut. Schauen wir mal. Jetzt habe ich Münzen. 20, 50, 50, 50. Gott. Ich probiere mich mal da durch. Boah, ich kenne mich jetzt nicht hundertprozentig mit dem Geld aus. Dann bestimmt das hier. Auch nicht. Oh. Da ist es jetzt durchprobieren. Wenn das jetzt auch nicht will, dann muss ich glaube ich den Schlüssel verwenden. Das Ding hier öffnen. Oh. Und hier noch. Äh. Äh. Würde eher sagen, den hier. Oh. Falsch. Auch falsch. Was zum... Was? Swerige... Swerige Ohre. Oder was steht da? Ich glaube, ich habe ein Problem. Schlüssel. Nichts. Ja, ja, ja. Der hier war es einmal. Oh, hey, komm, das gibt es doch nicht. Welches Stück brauche ich denn da? Der hunderter will ja auch nicht. Der Zweier hier will nicht. Der Zweier hier will nicht. Das Ding klemmt. Wollte ich gerade sagen, ob das nicht vielleicht... Das Ding klemmt. Ja, passt schon. Ob das nicht vielleicht daran liegt, dass das Ding hier defekt ist. Was habe ich denn jetzt überhaupt? Süßigkeit? Fischbomber? Hm. Ja, kommt drauf an. Was für ein kleines Geld? Ich gehe jetzt noch einmal die Reihe durch. Und dann werde ich mal gucken, wofür ich die Süßigkeiten brauche. Vielleicht für Hans. Vielleicht brauche ich die Honiging, äh, ne, Honiging Bonbons. Och, komm schon. Das Ding will nicht. Nee. Kann man nix machen. Ha! Kate Walker! Und wie bediene ich dieses, ähm, Gerät? Zieh einfach am Griff. Dann fällt sie von selbst herunter. Voll automatisch. Ganz voll automatisch. Mhm. Die Kohlemaschine funktioniert nicht. Ah, dann musst du warten. Warten? Wie lange? Oh, eine Woche. Vielleicht zwei. Früher kommt der Wartungsdienst hier nicht vorbei. Ja, großartig. Kolonel, haben Sie den Schlüssel für das Tor? Ah, nein. Habe ich nicht mehr. Muss ich verlegt haben. Vielleicht als ich mich mit dieser blöden Musikmaschine rumgeärgert habe. Das ist aber nicht meine Schuld. Deinetwegen ist mein Zeitplan durcheinander gekommen. Ich wäre sonst nicht nach draußen gegangen. Also hätte ich den Schlüssel auch nicht verlieren können. Sie haben den Schlüssel also nicht? Nein. Wenn ich ihn hätte, würde ich ihn dir geben. Das Tor kann von mir aus genauso gut auch offen bleiben. Und natürlich gibt es keinen Zweitschlüssel. Man muss auf den Wartungsdienst warten, Kate. In einer Woche. Da ist aber Hans eventuell schon tot. Aber wie kann ich denn nach unten gelangen? Das ist nicht zu empfehlen. Alle Nichtsnutze, die sich in der Steppe herumtreiben, landen, früher oder später in unserer kleinen Stadt. Und mir ist es lieber, die bleiben da unten. Ich verstehe nicht, Kolonel. Ich bin ein Soldat. Ich tue, was man mir befiehlt. So ist das eben. Ja, ja. Nur nicht gleich ein Grund, so auszurasten. Wir fahren nach Siberia. Einer Insel dort am Ende des eisigen Sibiriens. Es wird eine lange Reise. Wir brauchen Ausrüstung. Was meinen Sie dazu? Siberia? Den Ort kenne ich nicht. Da kann ich dir keinen Rat erteilen. Kein anderer Reisender kommt je hier vorbei. Wo solltet ihr denn hinwollen? Jenseits dieses Bahnhofs ist nichts mehr. Tja, ich will sie nicht länger aufhalten, Kolonel. In Ordnung. Bis später. Jo, bis später. Er hat ihn bei der Musikmaschine verloren. Heißt, der Schlüssel muss irgendwie da oder irgendwo da draußen sein. Also hier irgendwo. Oh. Also wir spielen hier mit Siberia. Wir sind 1.0.0.16. Mit der ROM hat er globalte Version. Und wir nehmen mit nicht ganz 60 FPS auf. So ungefähr. Gesundheit, Kate. Nicht, dass du dich jetzt noch erkältest. Ne, das ist Pause. Es gibt hier keine... Ich lese mal banned. Ich lese mal.